Herzlich willkommen auf dem deutschen Kanal von Thinkit Crypto. Im heutigen Video werden wir uns mit Decentralized Finance befassen, kurz DeFi. Wir werden uns ansehen, was DeFi ist, wie es funktioniert, was es für verschiedene DeFi-Applikationen gibt, Konzepte wie Stablecoins und vieles mehr. Ich werde mein Bestes geben, alles in möglichst einfacher Form zu erklären. Selbst wenn du also keine Vorkenntnis zum Thema Crypto hast, wird dir dieses Video gefallen. Wenn wir über Decentralized Finance sprechen, müssen wir zunächst das Konzept von CeFi, Centralized Finance, verstehen, also von zentralen Finanzen. In CeFi wird jede Finanztransaktion von einer zentralen Stelle überwacht und verwaltet. Das klassische Beispiel hierfür sind die Zentralbanken der einzelnen Länder, wie die Bundesbank in Deutschland. Sie und ihre Regierung haben die Macht darüber, wie viel Geld im Umlauf ist und was mit dem Geld passiert. Diese wesentlichen Entscheidungen werden von einigen wenigen Personen getroffen. Dies war lange Zeit der traditionelle Weg der Finanzwelt und auch der Standard für den Handel mit Kryptowährungen, bei dem der Handel über eine zentrale Börse erfolgt, die dein Geld kontrolliert. Dort hat man keinen vollen Zugriff auf seine Kryptowährungen, denn man selbst besitzt nicht den privaten Schlüssel, mit dem man letztendlich auf sein Crypto Wallet zugreifen kann. Am Ende unterliegt man immer noch allen Regeln, die die Zentralbörse vorlegt, wie zum Beispiel, wie hoch die Handelsgebühren sind oder welche Coins tatsächlich auf der Plattform gelistet sind. Nun in DeFi wird der gesamte Prozess von automatisierten Applikationen ausgeführt, die auf der Blockchain-Technologie basieren, dazu jedoch später mehr. Dies bedeutet also, dass DeFi diese zentrale Stelle, die normalerweise Finanztransaktionen zwischen zwei Parteien abwickelt, ersetzt. Kurz gesagt wird DeFi den Mittelmann los. Das System wird nicht mehr von Menschen gesteuert, sondern basiert auf Technologie, die die Arbeit des Mittelmannes ersetzt. Lasst uns etwas tiefer in diese Technologie eintauchen. DeFi verwendet dieselben Prinzipien der Blockchain, welches die Technologie hinter dem Bitcoin-Netzwerk darstellt. Ein wichtiger Faktor der Blockchain ist, dass Transaktionen permanent aufgezeichnet und für jeden sichtbar sind und daher auch von jedem kontrolliert werden und nicht von einer einzigen zentralen Stelle. DeFi nimmt das Prinzip der Blockchain noch einen Schritt weiter. Indem diese Technologie nicht mehr für einfache Wertübertragungen verwendet, sondern auf komplexere finanzielle Anwendungsfälle erweitert wird. Wie beispielsweise Kredite, Versicherungen, Crowdfunding, Derivate, Wetten und vieles mehr. Aus diesem Grund basieren die meisten DeFi-Applikationen auf der Ethereum-Plattform, der zweitgrößten Kryptowährungsplattform der Welt. Denn sie bietet viel mehr Flexibilität, um diese komplexeren finanziellen Anwendungsfälle zu integrieren und zu nutzen. Aufgrund sogenannter Smart Contracts. Ein Smart Contract ist ein Vertrag, der automatisch ausgeführt wird, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Ein Beispiel für einen solchen Smart Contract wäre, Niklas wird 10 US-Dollar an Finn übertragen. Und jetzt die Bedingungen dahinter, aber nur, wenn die Lakers in dem nächsten Spiel mit genau 20 Punkten gewinnen und LeBron James über 15 Punkte in diesem Spiel erzielt. Dies ist sehr vereinfacht, aber so werden im Grunde genommen Smart Contracts beispielsweise für Wetten verwendet. Dadurch entstanden nun etliche verschiedene DeFi-Applikationen. Zu den beliebtesten Applikationen gehören dezentrale Börsen, Leihplattformen und Stablecoins. Lass uns nun diese verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten näher anschauen. Dezentrale Börsen, kurz DEXs für Decentralized Exchanges, sind die einfachste Form, in der DeFi verwendet wird. Es handelt sich im Grunde genommen um Online-Börsen, die die Nutzer direkt verbinden, damit sie Kryptowährungen miteinander handeln können, ohne dass ein Mittelsmann beteiligt ist. Leihplattformen sind eine weitere beliebte Form von DeFi. Leihplattformen verbinden Kreditnehmer mit Kreditgebern. In ihnen können Nutzer Geld durch Zinsen verdienen, die für die Ausleihe ihrer Kryptowährungen gezahlt werden. Im Gegensatz zu CeFi, wo Zinssätze wie erwähnt von wenigen privilegierten Personen festgelegt werden, legt DeFi die Zinssätze anhand von Angebot, Nachfrage und dem verbundenen Risiko fest. Eine andere Form von DeFi ist der Stablecoin. Wie der Name schon sagt, soll der Preis eines Stablecoins stabil bleiben. Oft sind sie mit dem Wert einer Fiat-Währung, wie dem US-Dollar, verknüpft, sodass ein Coin beispielsweise immer einem US-Dollar entspricht. Sie haben den Vorteil, dass man weiß, dass ein Stablecoin in einem Monat ungefähr den gleichen Wert haben wird. Das kann man bei Kryptowährungen nicht behaupten. Wenn man also zum Beispiel Geld auf Leihplattformen verdienen möchte, aber der schwankende Preis von beispielsweise Bitcoin zu riskant ist, kann man auch einfach seine Stablecoins verleihen und Zinsen für diese erhalten. Die zwei bekanntesten Stablecoins sind Tether, USDT und der USD Coin, USDC. Das Erstaunliche an all diesen Applikationen in DeFi ist die Kompositionsfähigkeit, die dahinter steckt. Alle DeFi-Applikationen sind Open-Source-Anwendungen. Das heißt, der Code dahinter ist für jeden öffentlich zugänglich. Daher können die vorhandenen DeFi-Protokolle verwendet werden, um neue Protokolle auf dem bereits verwendeten Code zu erstellen. Man kann es sich wie Lego-Steine vorstellen, bei dem jeder seine eigenen Lego-Steine auf bereits vorhandene Steine setzen kann, um seine eigene Struktur zu bauen. Was ist denn letztendlich das Ziel hinter Decentralized Finance? Ein großes Ziel von DeFi ist es, ein faires Finanzsystem zu schaffen, an dem jeder teilnehmen kann und sein Vermögen verwalten kann, ohne dass die Regierung oder Banken dabei Veränderungen vornehmen können. Bei dem Dinge wie dein ethnischer Hintergrund, Erfolg, Geld oder deine Ausbildung bei den verschiedenen Finanzdienstleistungen, die du nutzen kannst, keine Rolle spielen. DeFi hat in der letzten Zeit einen verrückten Anstieg erfahren und dieser Trend scheint sich in der nahen Zukunft auch nicht zu ändern. Um sich diesen Anstieg besser vorstellen zu können, kann man sich den Gesamtwert ansehen, der in allen verschiedenen DeFi-Protokollen eingeschlossen ist. Der sogenannte Total Locked Value. Seit Anfang Juli 2020 ist dieser Wert um das 25-fache auf mittlerweile rund 34,5 Milliarden Dollar gestiegen. Ich selbst bin davon überzeugt, dass DeFi die Zukunft des Finanzwesens ist oder zumindest, dass es eine wichtige Rolle spielen wird. Viele glauben jedoch, dass eine frühzeitige Investition in diese Technologie zu massiven Gewinnen führen wird. Und obwohl das auch oft stimmt, ist es nicht immer so einfach, die guten von den schlechten Projekten zu trennen. Und es hat auch schon viele schlechte gegeben. Zum Beispiel der Meme-Coin, YAM, bei dem aufgrund einer Sicherheitslücke der Börsenwert innerhalb von 35 Minuten von 60 Millionen Dollar auf fast Null stürzte, wodurch Anleger eine Menge Geld verloren. Darüber hinaus sind Fehler in DeFi leider immer noch relativ häufig zu sehen. Smart Contracts sind definitiv sehr mächtig, aber sobald die Regeln in das Vertragsprotokoll geschrieben sind, können sie nicht mehr geändert werden, wodurch Fehler häufig irreversibel sind. Daher ist es wichtig, vor einer Investition immer seine eigene sorgfältige Recherche zu betreiben. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn du noch mehr über die Kryptowelt erfahren willst und dich Videos wie dieses interessieren, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen. Es kostet dich nichts und ich würde mich über die Unterstützung riesig freuen. Falls du Videos wie dieses auf Englisch schauen möchtest, dann schau doch gerne bei meinem englischen Kanal vorbei, der oben in der Beschreibung verlinkt ist. Bitte schreib mir doch auch deine eigene Meinung zu DeFi in die Kommentare und lass mich wissen, welche Videos du in Zukunft auf diesem Kanal sehen möchtest. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.